So, und da sind wir auch schon angekommen zu unserem letzten Rennen des Tages. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sehen heute das Match von Magno und Ravis. Es ist das Rematch. Das erste konnte Ravis für sich entscheiden und Magno hat sich für dieses Rematch für ein 7-7 Fast Cannon entschieden. Ich bin der Metal Maniac, auch als der Allmann bekannt, und heute trackt für uns das Laubengebäck und an meiner Seite tat- und stillkräftig unterstützt werde ich heute vom guten Rex. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Ja, 7-7 Fast Cannon Open, wie du schon sagtest, aber mit dem kleinen Eau d'oeuvre, einem SGL Live, oder SGLive, Item Settings. Ja, möchtest du kurz was dazu sagen? Nun, die SGLive-Settings ja ein bisschen anders zum Hardmode, die alteingesessenen, inklusive meiner Rennigkeit kennen. Man kriegt doch ein paar Geschenkchen mehr, soviel ich weiß. Entfällt uns die Half-Magic dafür, bekommen wir Silvers und ein Mail-Upgrade. Genau, das müsste so im Großen und Ganzen die wichtigen Faktoren sein. Weiterhin sitzen wir auf 14 Herzen, einem Crystal of Desert, einem Red Crystal of Harrow und einem, ich glaube, blauen Pendant auf unserem schönen Eastern Palace. Kriegen gleich Bestätigung. Nein, kriegen wir nicht, weil er das zu schnelle Augen hat für mich. Aber wir haben von der Krabbe heute eine Full-Magic, sprich, wir suchen noch weiterhin unsere Bomben, die wir doch gern hatten. Und, ja, Half-Magic angesprochen. Da freut sich Mark, nur da freuen wir uns auch. Ist ein sehr schönes Convenience-Item. Hier ist doch ein normaler Item-Pool. Bin mir was verwirrt, weil auf dieser Information, wo die Settings immer stehen, steht SGL. Ich habe meine Infos heute aus dem Discord bezogen und da gieß es, sieben Sieben Pfarrscannen. Aber umso besser, wenn es ein normaler Item-Pool ist. Dann sparen wir uns das komplizierte Rumgedenke und wir sehen hier Flippers auf Magnus' Seite. Ein interessanter Erstbund, zusammen mit der Half-Magic, also schon zwei Unique-Items bei uns im Gepäck. Auch interessant zu wissen, wir haben aus dem Spie-Pool jeweils den roten Rubin, können uns also schon mal ein bisschen was an Geld für den Bottle-Vendor zusammensparen. Und wir sind bei Ravis beim Dropdown in den Lost Woods, dass er keine Herzen braucht. Ravis ist ja auch ein fahrender und ein sehr, sehr guter Spieler. Und auch einer, der gern mal auf das erste Herzteil auf drei Herzen verzichtet. Sprich, wir können uns auch freuen, darauf ein Race zu sehen, bei dem beide Runner sich nicht zu sehr auf Safeties stürzen, sondern wirklich alles aus dem Speed rausholen. Ja, sag mal, was erwartest du denn vom heutigen Race? Hast du das erste gesehen? Ich habe das erste gesehen und sogar kommentiert auch. Ja, erste Match war ja schon relativ spannend. Auch wenn es am Ende ein bisschen deutlicher für Ravis ausging. Also, Potenzial, dass Magno hier das auch gewinnt, ist auf jeden Fall da. Ja, aber ich würde jetzt persönlich halt sagen, Ravis macht das 2-0 heute den Sack zu. Ja, aber ich hoffe, ich irre mich. Und wir sehen auf jeden Fall noch ein drittes Match zwischen den beiden. Ja, wie ist deine Einschätzung? Nun, also, ich bin ein Believer. Ich glaube an meinen Boy Magno und hoffe, dass er sich mit seiner Wahl einen Gefallen getan hat mit dem Fast Scannen. Er wird auf jeden Fall, das hat er auch selber schon angesprochen, vor dem Race. Und dass hier Ravis nicht mehr mithören kann, wird auch nicht mehr gespoilert. Er braucht den einen oder anderen Skip. Sprich, er muss die Zeit durch die Skips rausholen, denn er sagt, durch die Execution hat er, sieht er, für sich selber keine Chance. Ich sehe es nicht so weit auseinander wie er, aber ich denke mal, ein kleines Gefälle dürften wir erwarten. Und derweil überspringen wir natürlich nicht, dass Ravis sich gerade meines Wissens den Fire Rod mit ins Inventar genommen hat. Wenn ich mich nicht schwer optisch getäuscht habe. Sprich, ich bin sehr gespannt auf die Route, die man heute wählt. Denn wenn er schon ankündigt, er wird hier und da an Skip eingeben, eine riskante Route, dann können wir uns doch darauf freuen, dass wir heute ein bisschen was Abenteuerliches sehen könnten. Aber bisher sehen wir das ganz klassische Play of Kakariko. Wo unsere ersten Geldprobleme sich jetzt langsam mal lösen in Blindsat mit dem ersten 300 Seeds, damit auch die Möglichkeit, den Bottlewender zu bezahlen. Gerade Magno wird das gerne sehen, denn er ist doch ein bisschen knapp bei Kasse bis jetzt in diesem Seed. Der Bottlewender, der sagt nur, nimm's wieder, ich will dein Geld nicht. So, und da haben wir schon mal ein bisschen Chat-Interaction. Das mag ich ja immer super gerne. Wir haben einmal die Frage, ein 7-7 Fast Ganon, was heißt das? Denn 7-7 bedeutet, wir brauchen sieben Crystals, um Ganon zu besiegen und sieben Crystals, um Ganons Tower zu öffnen. Und ein Fast Ganon ist ein Modus, bei dem die Pyramide schon offen ist. Sprich, man muss nicht vorher den Acker umhauen, bis man zu Ganon runter kann. Sprich, auch der Ganons Tower, der normalerweise in jedem Seed absolut notwendig ist, ist in diesem Seed optional. Da kann natürlich was drin liegen, aber wir werden ihn nicht zwingend sehen, den guten Ganons Tower. Und demnach könnten wir auch auf unser GT-Guessing-Game verzichten müssen. Genau so sieht's aus. Langsam aber sicher gleichen sich die Inventare ein wenig an. Mit den Flippers natürlich die Water Jacks möglich, mit den Handschuhen können wir ins Escape, wie wir es hier sehen. Und auch Hyrule Castle ist im Open-Modus natürlich vollkommen zugänglich, so wie es auch im Standard ist, wo man es ja immer als erstes sieht. Ja, bis du eben aufs Dark Wars warst, was halt nur mit Lampe oder Firewall in Logik ist. Das war im Standard ja nicht. Hm, hm. Ach, Magno sind die Bomben ausgegangen. Ah, ärgerlich. Im Legend-Seed auch schon. Da war er zweimal ein Kakariko, weil er beim ersten Mal ohne Bomben unterwegs war. Und auch jetzt den Firerod, da hat er die richtige Entscheidung getroffen, sich den nochmal anzuschauen, den Welp. Und nein, Ravis hört uns nicht zu. Er geht zufälligerweise genau an die Location, die wir gerade genannt haben, denn Hyrule Castle ist natürlich nicht unattraktiv. Man macht es manchmal als letzten Check einzig aufgrund der Tatsache, dass man sich nicht sicher sein kann, ob man ein Darkhold Access über Aga bekommt oder nicht. Dass man das dann zumindest am Ende miteinander verbinden kann. Allerdings kann man es natürlich auch früher einrouten, so wie es Ravis jetzt macht. Und mit dem Bookshop belohnt werden. Ein Item, das man sehr gerne sehr früh im Seed hat. Wahrscheinlich die beste Warfe, die man im Early-Game haben kann. Und auch eine, die uns position-technisch im Hinterkopf bleiben muss. Ja, zumal... ...macht's ja noch nix. ...gibt halt auch nix Schlimmeres, als am Ende irgendwie einen Hookshot zu suchen für einen Go-Mode. Der dann überall liegen kann, wenn du einen Spiegel hast, den ganzen Berg und... ...alles furchtbar ist. Ja, das haben wir vorher schon bei Teto gegen Rahlen gehabt. Da hat man gut sehen können, wie doof es ist, wenn man einen Hookshot-Last locaten muss. Der dann eben doch im späteren Spielverlauf einiges aufzumacht. Während sich Magnus hier durch den ersten Darkroom des Seeds quälen möchte. Und belohnt sich selbst mit ein paar Bomben, während Ravis ein mögliches Progression-Item findet. Mit dem ersten Medallion des Tears, das Bombos jetzt in seinem Besitz, kann sein, dass Maya und oder Turtle Rock ein Crystal und damit notwendig sind. Und es kann sein, dass dieses Medallion als Schlüssel dafür benutzt werden muss. Denn Maya und Turtle Rock, die zwei Dungeons hier ganz unten rechts im Tracker seht, haben einen kleinen gelben Punkt. Das bedeutet, es ist auch gerandomisiert, welches Medallion von den drei sie brauchen. Aus dem Grund können wir nie sagen, ob ein gefundenes Medallion jetzt eine tolle Progression ist oder nicht. Aber ist auf jeden Fall nice to have, genauso wie das erste Schwert. Ja, ist aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass hier schon mal relativ früh im Seed die Runner unterschiedliche Voutings an den Dach legen. Oftmals ist es ja auch, dass echt die ersten 15 Minuten sehr synchron ablaufen. Und ja, mal schauen, was Magnu jetzt hier in der Southshore findet. Ja, bis jetzt gefällt mir Ravis Route besser, weil er jetzt mit dem Hookshot die Southshore abarbeiten kann. Weil man da doch relativ viel laufen muss, spart man sich mit gutem Einsatz des Hookshots doch ein bisschen was an Zeit. Für den Fall, dass es noch ein Agassid werden könnte, wird es natürlich noch mal sich ein kleines bisschen geschickter auslegen, dass man sich das Hyrule Castle noch ein bisschen ans Ende schiebt, so wie es bei Magnu ist. Aber wir sehen auf Magnu Seite jetzt eine richtig, richtig dicke Mini-Moldborn-Cave mit unserem Moonpearl, mit unserem Bogen und auch noch mit dem ersten Fläschchen, mit dem wir später noch das Seed-Kit besuchen können. Ja, und Bogen heißt, Eastern Palace ist auch abschließbar, auch logisch, bis auf die Vanilla Biki-Chest. Ich meinte, wir können sie holen und nicht logisch, aber ja, es ist ein Pendant. Unangenehm. Es ist nicht schön, aber am Anfang dippt man doch auch mal ein Pendant-Dungeon, wenn man den Dark-Word-Axis sucht. Das ist gar nicht so selten, insofern glaube ich, dass der Bogen-Magnu jetzt nicht so sonderlich traurig macht. Nein, traurig machen wir auf jeden Fall nicht, aber baitet einen auch gerne mal dann direkt früh nach Eastern. Und ich meine, ja, es ist dann einfach schöner, wenn es ein Crystal ist, klar. Auf jeden Fall. Ich denke mir gerade, Eastern ist eigentlich gerade so ein bisschen die Entscheidung zwischen, also Eastern und Hybrid-Castle sind gerade so die Entscheidung für Magnu, denn nach Desert kommt er nicht rein, nach Hera kommt er nicht hoch. Demnach wird wahrscheinlich einer der beiden als nächstes angesteuert werden. Hier noch einmal in Richtung der Water-Checks, während auch Ravis sich seine Items aus der Minimal-Dom-Cave abholt. Und man sieht doch hier auch, dass der Hookshot ein bisschen was ausmacht, was die Geschwindigkeit angeht. Kommt hier ein bisschen fixer voran auf den Landrouten. Und die Waterfall-Fairy schafft uns eine Piene. Das ist schön. Einzige unangenehme für Magnu ist jetzt natürlich, er ist jetzt hier und isoliert sich Sora erstmal hart. Ja. Einfach weil Pleite. Kommt bei 100. Okay, so Mario ist ein bisschen wie das. So, mit Handschuhen und mit den Flossen das Ganze natürlich Vollgas. Da brauchen wir keine Splash-Delishen oder ähnliche kleinen Tricks. Da kommen wir ganz regulär hin. Und früher Hookshot, früher Summariastab, das gibt es jetzt gleich nochmal ein bisschen Turbo in den Tank, denn damit kommen wir am einen oder anderen Gegner doch natürlich schneller vorbei, als wir es ohne machen würden. Oder wenn wir die etwas magere Ausstattung von, ja, Bogen, Bomben, äh, Fightersword hätten. Demnach ist es jetzt hier auch mit den... Und auf der... im Lake Hylia haben wir noch einen Herzcontainer, den werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Das glaube ich auch. Ja, der Vorteil ist, den Ravis jetzt so ein bisschen hat, er hat das Geld auch gleich für Sora. Wenn er in die Area gleich unterpaddelt. Ja, wenn da noch ein kleines Leckerli draufliegt, dann... Ja, ist das unangenehm für Magno. Ich denke, das ist sogar ein relativ großer Vorteil, denn so viel Geld, wie er übrig hat, wird er dann auch nicht mehr sparen müssen, was Pod oder die ganzen Digging Games, Chest Games und dergleichen angeht. Und, äh, Zora wird Magno in diesem Seed nicht mehr sehen, da bin ich mir relativ sicher. Pod auch Pendant, Green. Wird mal unangenehm, du bist grad bei Zora gewesen, machst den nächsten Check und da ist die Kohle drin. Ja, aber der Bogen macht uns nur zwei Pendants auf, jetzt. Ja, also im Endeffekt hätten wir ihn vielleicht auch nicht mal gebraucht in dem Seed. Also logisch, irgendwann war es eigentlich logisch für Gannon, aber... Ja. Und jetzt bin ich persönlich doch relativ gespannt, was wir auf Zora sehen. Wenn wir da jetzt ein Darkhold Access haben, dann, äh... Haben wir doch schon mal sehr früh einen sehr, sehr interessanten Seed, aber ich möchte es jetzt auch nicht verschreien. Wie wäre es mit... Aber ich möchte auch niemand was Böses. Äh, gib ihm ein Dreihunderte für seine 500. Ich glaube, das ist fair, das ist okay. Wären zehn Pfeile. Ja, das ist auch ein guter Deal. Auch ein Mail-Upgrade, das ist okay. Ah, ein Herzteil ist besser als zehn Pfeile, aber... Ja, kann man sich auch irgendwie klemmen. Ja, damit kein so toller Vorteil am Ende für Waves. Gut, der einzige Vorteil ist, er hat den Check gemacht. Und braucht da jetzt keine Bauchschmerzen mehr zu haben. Ja, aber ich glaube, man mag nur... Wenn er heute noch zu Zora muss, dann hat er den Seed eh schon verloren. Also ich glaube, der geht lieber, äh... noch dreimal irgendwelche leeren Fischen checken, bevor er jetzt nochmal auf Zora geht. Also, den werden wir heute, da bin ich mir doch sehr sicher nicht mehr sehen. Auch nicht mit Catfish zusammen. Da sagt er, das ist rausisoliert und fertig. Wenn es da drauf ist, ist es da drauf. Aber auf Zora kann er jetzt nicht mehr spielen. Ja, das sehe ich auch so. Und Magno übrigens immer noch nett bei seinem Hookshot in Hyrule Castle gewesen, dürfen wir nicht vergessen. Das ist auch ein Item, wie gesagt, das hat man früh gern. Und das hat man deshalb, Magno hat's nett. Und gerade auch, wenn in Dungeons drin, da kann man sich ja gefühlt an jeden zweiten Teil ranhangeln. Da macht's doch auch nochmal ein paar Sekunden aus, wenn man das durchmacht. Denn jetzt wird hier noch lange nichts gegomodet. Sprich, wir verbringen noch ein bisschen viel Zeit in den Dungeons. Und manchmal lohnt sich das auch, zum Beispiel in Form einer Flöte, die wir gerade in Eastern in der Big Chest gefunden haben. Und die werden wir jetzt auch gleich aktivieren, das noch mit SickKid verbinden. Und dann haben wir logischen Berg-Access. Auch wenn's da nur zwei Checks gibt und ein Sichtcheck noch. Berg-Access, meinst du? Jep, Berg-Access. Bin ich zu leise? Nee, es klang wie Dark-Access. Ach so, in einem Dark-Access, das wird der Flöte echt spannend. Magno, hör auf, die ganze Zeit flöten, das ist nervig. So, jetzt darf er. Uh, und wir sind bei Ravis Agina. Ich mag Agina, das ist so ein schöner Check. Das ist ein bisschen wie Weihnachten, ne? Ja, immer erreichbar, aber du weißt, dass der Gegner es relativ unwahrscheinlich macht. Schauen wir mal, mit was uns der Opa heute beschädigt. Oh, ja, ins Wani. Sicker. Ebenso auch beim Sickkit. Und wenn's jetzt auf dem Berg gibt, natürlich keine drei Checks, weil wir keine Lampe haben in Logik, sondern nur ein Check und ein Sichtcheck. Ravis werden's aber eblich mehr, weil er den Hookshot schon hat. Hm, also wir werden bei Magno den anderen Check noch sehen, in Form des alten Manns. Hat ein Schwert, kann ja mit seinen Partikeln sich manövrieren durch den Darkroom, aber in Logik ist es halt nett, weil wir die Lampe noch nicht haben. Schauen wir mal, der alte Mann wird das mit Sicherheit nicht ändern, denn ein lampengelockter Check kann nicht die Lampe haben. Vielleicht hat er ja einen Spiegel oder sowas für uns. Wäre jetzt gar nicht so verkehrt, wird uns den Weg hoch auf den Berg ein bisschen erleichtern. Und wenn nicht, haben wir immer noch die Chance, in Speckrock nach unserem Glück zu suchen. Wenn da auch nichts sein sollte, dann wird sich Magno wahrscheinlich darüber ärgern, dass er den Double-Dippen muss, denn dann geht er zu Hyrule Castle, hoht sich den Hochschritt und dann damit auf die Rechseite. Denn woanders kann die Progression bald dann auch schon nicht mehr liegen, außer wir gehen durch in Eastern Palace. Aber ich glaube, das geht vom Key-Layout her nicht, weil uns die Lampe fehlt. Also nicht in Logik. Also im besten Fall für den Magno jetzt einfach nichts. Ah, der Spiegel. Okay, ja, gejinxed. Das könnte aber durchaus noch logisch required sein. Das ist, wenn, dadurch, dass es da oben der Spiegel liegt, ist es nicht zwingend notwendig, dass wir den Hookshot für die Progression in den Dark-World-Access brauchen. Das kann sein, dass wir den Hookshot erst für Dungeons brauchen, dass Magno sich den da einroutet. Also es kann sein, dass das gar nicht so ein verkehrter Check ist, denn er hat eine Feuerquelle, er hat einen Fire-Rot, sprich er kann Hera auch durchmachen. Es ist nicht schön ohne Hookshot, ohne Boots, ohne den Hera-Pod. Aber es geht. Okay. Ja, was ich eher meinte, war halt einfach, dass er jetzt einfach von der Progression so hart weggebaitet wird vom Hookshot, dass er den halt sehr, sehr, sehr spät erst sich abholt. Ich meine, wenn Swamp am Ende ein Pendant ist, dann wird der Hookshot auch sehr irrelevant. Und nein, wir brauchen einen Hookshot. Maya Red Pendant und Swamp Red Crystal, der Rest alles normale Crystals. Aber wenn er jetzt noch irgendwie in Dark-World kommt mit dem Spiegel, dann kann er das Castle, da den Spiegel ja jetzt gerade gefunden hat, zum Beispiel mit Pyramide Catfish mit einrouten. Und das ist ein Check, den man sehr, sehr früh machen kann, wenn man Dark-World-Access hat. Sprich, ich sehe ihn aktuell nicht so wahnsinnig weit weg von seinem Hookshot. Ich meine, klar, wenn er jetzt hier nichts findet, dann muss es nach Hyrule Castle gehen. Aber das heißt, wenn er jetzt hier seinen Hammer oder seine Mitz rausholt, dann glaube ich nicht, dass er Hyrule Castle wirklich extrem lang liegen lassen wird. Eben wegen der Tatsache, dass er mit dem Mirror Pyramide Catfish doch relativ angenehm kombinierbar hat mit dem Castle. Ja, aber die Frage ist, gehst du irgendwie groß früh wieder nach Castle zurück, wenn du es geskippt hast, Dark-World-Access hast und die halbe Dark-World offen hast, Dungeons machen kannst, dann entscheidest du dich nicht auch mal, ach komm, jetzt gehe ich einfach, weil ich lustig bin, kurz mal schnell doch nochmal zum Onkel runter. Hat der Onkel, den nimmt man ganz gern mit, weil er doch relativ fix geht, ähm, den, den ganzen Dungeon unten drin, ähm, mit, äh, mit dem Hyrule Castle bis zur Zeldas Zelle, das braucht natürlich ein bisschen länger, aber den, äh, Onkel-Dropdown, den nimmt man sich dann einfach so mal mit, das ist durchaus was, was man hier und da mal sieht, das ist jetzt nicht das häufigste Play, das klassische Play, das man immer machen muss, aber das sieht man und wie gesagt, gerade mit diesem Umstand, ich hab einen Spiegel, ich komm in die Dark-World, jetzt hypothetisch gesehen, wenn er in die Dark-World kommt, kann er es mit der Pyramide, finde ich doch, kombinierender, da noch kurz den Dropdown mitzunehmen, klar, er wird sich damit das, äh, restliche Castle isolieren, das macht diese Orgänzweise unattraktiver, aber wir sind ja hier, um auch die Möglichkeiten so ein bisschen aufzufächern. Ja, und wenn er genau das macht, dann könnte er eventuell auch seinen Bomboss liegen lassen, wenn wir Bomboss auf TA brauchen, theoretisch, dann wird's dunkel. Ja, viele, viele Wege führen in den Abgrund, vor allem, wenn man schon mit eins zu hinten liegt, aber schauen wir mal, vielleicht hat hier Betreudung unsere Antwort. Ja, bei Betreudung führen auch viele Wege in den Abgrund, aber diesmal nicht bei Magno. Und ein schönes Geschenk, der Small Key über den freuen wir uns doch ganz besonders. Ja, der sagt auch hier wohl Small Key, finde ich toll. Erlaubt uns nämlich, eine kleine Kaffeepause zu machen, wenn wir es denn jetzt wollen. Und so früh im Seed kann ich sie mir tatsächlich auch noch vorstellen, es sei denn, die, ähm, Keylogic, die ist extrem schwierig auf einem Bildschirm zu beobachten und zu begutachten, weil man immer nach links und rechts sehen muss, äh, schickt uns unten eine Karte oder einen Kompass rein und es macht den Eindruck, dass genau das der Fall ist, denn es geht ab zur Eiswaltkirche. Und jetzt ist natürlich spannend, was macht Ravis auf seiner Seite mit Spiegel und mit, äh, dem Hookshot hat er natürlich deutlich besseren Access, was den Berg angeht. Ja, er wird der Zehrer abschließen, runterspringen und die Wide-Side spielen. Und wenn die Wide-Side unsere logische Progression hat, dann hat Mageno ein logisches Problem. Ja, das ist das, ja, das ist das. Ich meine, und das ist auch das, was er macht, ja. Es geht, also wenn er sich jetzt den Hookshot holt, dann ist der Zeitverlust jetzt nicht so groß, wie ich finde. Kurz nochmal zum Berg geflötet, an dem Deadlock vorbei. es ist jetzt nicht der größte Umweg, ne? Also es hält sich wirklich nur im Rahmen eigentlich. Ja, gebe ich dir völlig recht. Das Ding, ähm, was ich jetzt sehe, ist halt, Ravis hat es perfekt geroutet. Also er hat die beste Variante gewählt und er macht mal die zweitbeste und da ist es im Race halt so, dass da auch eine gute Route dir Zeit verliert, wenn dein Gegenüber eine sehr gute gewählt hat und genauso ist es dann auch und Ravis zeigt uns jetzt gleich als erster Run an diesem City die rechte Seite des Bergs und da gehe ich davon aus, da werden wir jetzt entweder ein Hammer oder ein paar Handschuhe finden oder vielleicht auch ein Buch, das uns, äh, für Desert gehen lässt, aber ich glaube, Hammer und oder Handschuhe. Oder Lampen und Umhang. Ne, Hammer und Firewatt. Hm, Eis mit Hammer. Hammer und Eiswatt. So, damit sind wir im Dark World Access. Angenehmer als, äh, Lampen und Umhang. Ja, für die Runner mit Sicherheit. Uns hätte es vielleicht noch ein paar Minuten mehr Spannung und Action bereitet, aber wir sehen, Magno ist jetzt schon relativ nah dran, so lange hat das jetzt tatsächlich nicht gedauert, da hast du völlig recht gehabt und gleich würde er sich auch so befreuen, dass er in Anführungszeichen Last Located hat, dass er seinen, ähm, Castle nochmal nachholen musste, wirklich auch für die logische Progression. Ja, aber, wie wir vorhin schon sagten, Magno hat sich jetzt natürlich jetzt auch den Escape halt ziemlich isoliert wollt. Gut, wir wissen nicht, ob wir vielleicht Bomben was brauchen werden. Wenn, ja, dann, ah, unangenehm. So, in der Mitte haben wir natürlich der gesamte Berg jetzt außer dem, äh, Darkbath Mountain für uns erreichbar. Wir können sämtliche Barrieren zur rechten Seite durchbrechen und auch von oben die, ähm, Checks machen nicht durch Paradox Cave durchspazieren, so wie es Magno jetzt macht. Ach, brav ist Magd, hoppla, ich hab doch gar kein Buch, was mach ich da links? Und entscheidet sich doch für Hera und wir müssen dran denken, Hera ist bei Magno schon mit drinne. Floating Island hat nix. Ja, der Spart Wave ist aber auch ein, ja, 30, 40 Sekunden einfach durch den Herapod. Mhm. Ich denke, der spart so relativ viel durch den Herapod. Ja, keine Ahnung, wie viel es genau ist. Ich hab's nie irgendwie getimed, wie viel Zeit es genau spart. Kommt immer drauf an, wie schneller klappt. Er scheint jetzt hier auch ein bisschen länger zu dauern, also ich spart ja schon manchmal extrem viel Zeit. Auch das Buffern, ich mein, ja. Ist auch ein etwas exotisches Setup, aber klar, ohne die Boots ist es natürlich schwerer, ähm, das Setup zu machen. Wenn man die Bomben verwendet, macht man's gerne mit dem Bonk-Setup, aber Rapist schafft's hier. Auf den ersten Versuchen, da sieht man halt auch, dass wir jetzt schon ein bisschen weiter sind im Main-Tournament und, äh, dass die Runner da doch schon einiges in ihrer Trickkiste zu bieten haben. Und für Magno geht's jetzt gleich in Richtung Hype Cave. Zeig uns also als erster hier einen Einblick in die Dark World, diese Seeds. Schauen wir mal, mit was uns diese fünf Seeds, äh, fünf Seeds, fünf Checks beschenken. Und natürlich, ähm, wie viel von vier Punkten es auf der Skunkmaskala uns einbringen wird, ob's vielleicht eine richtige Hype-Hype-Cave wird oder eher so eine Gurken-Cave. Die Bits? Ui, ja. Da konnte ich den Essig schon fast riechen, so gurkig sah die Cave aus, aber dann kommen da doch noch die Bits. Ja, bei Waves sehen wir den vorhin angesprochenen Abgrund bei Troldorm. So, und Magno hat Bock auf Swamp. Das ist früh. Das ist ein Red Crystal, wir haben einen Hammer, wir haben einen Hookshot, wir haben ein paar Flippers. Und natürlich, Und nicht ganz okay, weil wir haben dann beide Red Crystals und wenn wir dann den Restchecken gehen wollen, können wir die Red Bomb auch direkt mitnehmen. Ist eine Sache, die ist ganz okay. Ja, aber hättest du jetzt Bock auf Fighter Sword Swamp? Das war ein Traum mit dem Hammer. Immerhin haben wir den Somaria, um ein bisschen zu diven und den Hookshot müssen wir Gott sei Dank hier auch nicht suchen. Das macht das Left Size ein bisschen attraktiver, wenn wir es doch, wenn wir überhaupt davon sprechen können, dass es jemals attraktiv war. Ja, aber nein. Es ist unangenehm mit dem Bier-Setter, was wir aktuell haben, aber naja. Für die Jungs da jetzt auch nicht das große Problem, aber es geht schöner, ja. auch mit Swamp Palace. Ich meine, es macht halt Sinn, ne? Keine Frage. Und jetzt sehen wir, Ravis hat hier mit seinem frühen Hook schon natürlich alles ein bisschen schneller hinter sich gebracht, gerade die Overworld-Checks und den Unterschied, den wir gerade sehen, das müsste wie die Escape-Sequenz, sondern das Castle sein, das Magnus sich gespart hat. Und da sieht man schon, wie viel Ravis aufgeholt hat, denn das ist ein bisschen weniger Zeit, die die zwei hier trennt, als die man braucht, um seinen Castle zu machen. Und wir müssen auch dran denken, da lag natürlich auch das Bombos. Es könnte also durchaus noch Zeit sein, die Marco auch investieren muss. Ja, es ist halt eine Chance von 1 zu 3, dass wir es brauchen. Von dem her, es ist eher unwahrscheinlicher. hier. Oh, ja, die Chat-Frage gefällt mir. Die möchte ich gern beantworten. Schauen wir mal noch, was hier in der Kirsteber ist. Uh, 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 eine Quake-Medallion. Auch eine Chance von 30%. Denn hier kommt noch eine Frage auf, was soll denn die Skankner-Skala sein? Ja, das ist eine Skala von 0 bis 4, mit der wir hier in der deutschen Community seit ca. einem Jahr die Hype-Cave gewerten. Na, 0 ist ziemlich doof und eine 4 ist ziemlich cool. Benannt übrigens nach dem großartigen Runner mit dem Namen Skankner, darum auch so benannt. Und jetzt haben wir wieder alle ein bisschen was über unsere Meta-Knowledge hier in der Community gelernt. Und jetzt lernen wir, wie ein Fighter-Sword Argus ausschaut auf Magnus' Seite. Kann man mit den Spins lösen, trifft dann die Puffs, wie man sie doppelt, wenn man es richtig timet. Und die Alternativmöglichkeit wäre, einen sogenannten Man-U-Fight zu machen. Sprich, wir schießen mit dem Hookshot raus, holen uns einen Puff her, gehen ins Menü, wählen den Hammer aus und hauen dann mit diesem Hammer den Puff auf den Kopf. Dauert lang, ist ein bisschen zuverlässiger als diese Strategie. Man sieht es hier, wenn da die Inputs nicht perfekt passen, dann wird ein Slash draus oder der Spin wird nicht ganz aufgeladen. Alles in allem, es dauert lang. Aber die lange Zeit, die wird auch Ravis investieren müssen, denn der hat inzwischen keinen Master Sword gefunden. Also hier kein Zeitgewinn oder Verlust beim Fight. Ja, aber Magenhaut hat das hier sehr solide gemacht, mit einer Fighter Sword. Wird reich belohnt mit einem Herzteil und noch wichtiger mit unserem nächsten Roten Kristall und ich glaube auch Swamp raus. Es ist jetzt wirklich nett verkehrt, Red Bomb Pyramide Catfish als nächste Route zu wählen. Ja, zumal Pot is Pendant, da kannst du die Route super entspannt spielen. Nee, scheinbar ist das nicht die Meinung von Magenhaut. Er sagt sich, Meierschett, los geht's. Ich hab'n Hookshot, ich hab'n Hammer, ich hab'n Sumaria-Stab und ich hab' Bock auf Meier und ein Pendant, äh, ein Pendant, ein Medallion hab' ich auch. Schauen wir mal, ob er mit den Medallion reinkommt nach Meier. Nein, Bombers. Oh, das ist Bombers. Ja, okay. Das ist nicht gut für Magno. Es ist, Meier ist ein Pendant, ne? Das macht es nochmal okay. Also, wir haben zwei Items am Ende, die Meier sein könnten. Ja. Wenn er sieht, gehässig ist, legt er Progression auch eher unwahrscheinlich. Okay, ich versuch's mal ein bisschen positiv zu sehen. Vielleicht ist Meier ein harte Bait und Magno kann nicht drauf reinfallen. Na, die Möglichkeit besteht ja auch, dass beiden am Ende noch was suchen und Travis sagt, hey, ich hab' hier Meier-Access, ich kann in Meier rein, ich such's in Meier, es ist in Meier nicht drin. Das wird Magno gut tun. Aber wenn was in Meier drin liegt, dann hat er hier ein riesiges Problem. Absolut. Aber er hat das Glück, dass es auf jeden Fall kein Crystal ist. Wenn das ein Crystal wäre, dann hat er hier schon mal drei Kreuze machen können, denn da hat er noch ein bisschen sehr, sehr viel Beistand gebraucht, um das reinzuholen noch mal, denn das hätte er nicht gefunden. Das Bomboss hätte ziemlich spät gefunden. Aber das ist ja nur die harte Fahrradkette Welt. Hier haben wir ein Pendant of Meier. Das ist nicht mal das Green Pendant, demnach die Welt geht noch nicht unter. Und ich glaub, das war auch eine Map gerade auf der Torch, wenn mich mein Kurzzeitgedächtnis nicht täuscht. Das heißt, wir können da wir Handschuhe und Feuerquelle haben, auch mal eben Desert Palace durchmachen. Das heißt, wir können auch mal eben das ist, 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Also, viel schöner kannst du dir nicht spielen, den Land Wars? Nee. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, und je nachdem, was ich gleich TA für ein Medallion brauch, fehlt eigentlich auch fast nur noch, oder eigentlich nur noch ein Schwert für Go-Mod. Das stimmt. Das Quake. Das Quake, was so ein Stuttle aufmacht, ist Quake, und da kann man erst mal durchatmen. Und du hast recht gehabt, 33 Prozent, die Chance sind nicht so hoch. Ja, und damit nur noch ein Schwert und dann Abfahrt. Ja. Aber das sind jetzt auch echt unangenehme Boss-Files, die da durchkommen. Du machst ein Argus mit Fighter Sword. Und jetzt, ich mein, für TA, du hast Somaria, Fire Rod, du kommst rein mit Mitz und mit dem Hammer, du hast Fire und Ice Rod vom Boss, du hast so viel, um hier durch den ganzen Dungeon durchzuspazieren. Genau so, dann hast du alles, um durch den ganzen Dungeon durchzuspazieren. Aber immer noch relativ früh, wir haben nur noch den kleinen Zahnstocher, mit dem bist du nicht gern in so Dungeons wie Turtle Rock. Ja, oder auch Ice Palace, Cold Stair mit Hammer und, ja, gut, Half-Magic, Fire Rod geht es noch, macht es noch ein wenig ertragbar, aber, ja. Ja, trotzdem willst du nicht den ganzen Seed mit einem, mit dem Pommes-Pixer spielen. Also, ich sag mal, so ein Schwert hast, erfahrungsgemäß, eigentlich gern mal auf dem Weg. Also, so ein Schwert wird relativ schwer, Last Look, etwas einfach daran liegt, dass es vier Stück Seed gibt und wir zwei brauchen für einen Go-Mode. Aber es ist dann auch schon mal ein seltener Genuss, einen Schwert-Go-Mode zu bekommen. Ja, aber das Schwert, Last... Das ist aber ein bisschen Schrödingers-Schwert-Go-Mode, denn die Boots sind ja immer noch so... Die locken... Was locken sie eigentlich mit dem Biki? Nein, die mit dem Biki im Farscannon-Schwachsinn. Da locken die nichts, da brauchen wir den Biki nicht von der Torch. Nö. Es sei denn, es kriegen jetzt alle drei Schwerte hinter den Boots, aber... Ja, aber ich sag mal, wenn wir das Schwert sind, dann sind wir auch im richtigen Go-Mode. Im normalen, nicht-Farscannon-Schwachsinn. Werden wir nur mit Schrödingers. Da haben wir halt noch die Möglichkeit gehabt, dass sich der Biki auf der Torch befindet. Aber da wir den Biki gar nicht brauchen, und wenn wir im Go-Mode sind, da brauchen wir natürlich auch den Gannis Tower nicht mehr, Denn da gibt es ja nur noch Checks drin. Dann sind wir auch richtig im wirklichen Gemod. Denn wir wissen die Medallions, wir wissen die Crystals, demnach sich das hier doch relativ schnell rausstellen. Als relativ schnell rausstellen. Und ich glaube, damit ist Maya auch offiziell nicht mehr required, denn Maya hat zwei Items und es sind noch drei Schwerter im Seed. Korrigiere mich, wenn ich... Es sei denn, Maya hat zwei Schwerter und das Pet hat ein Schwert. Ja gut, aber es kann beim Lothar auch nicht mehr Zeit, der für 5, 6 gezogen wird. Also die Chancen sind doch relativ gering dafür. Aber klar, es ist möglich. Und es wird ziemlich lustig. Je nachdem, wie lange wir jetzt hier auf Schwerter warten müssen, weil wir haben es zuletzt in dem Matchup auch schon mal gesehen, es kann schon durchaus ziemlich anstrengend sein, wenn du am Ende bei Ganon stehst und da fehlt einfach ein Schwert. Das ist ein doofer Moment, auf jeden Fall. Ich denke mal, die Chancen stehen da noch relativ gut, dass wir was finden und wir sind noch relativ früh im Seed. Also für was Go-Mode angeht, sind ja 42 Minuten noch gar nichts. Also ich bin da noch guter Hoffnung, dass wir hier noch Potenzial haben, einen richtig schnellen Seed zu erwischen. Ja, ich denke mal auch. Also allzu langer Seed wird es jetzt hier nicht. Ich denke mal hier mit, keine Ahnung, 1, 15, 1, 20 werden wir hier auch durch sein. Also so ein super schnellen... Wenn jetzt wirklich bald ein Schwert kommen, richtig schnell Seed, das fände ich nicht verkehrt. Aus dem Grund, weil dann beide komplett alles Go-Mode würden. Und die sitzen gerade im gleichen Dungeon. Ja, dann lasst du den ganzen... Den ganzen Restlichen zieht das ganze Race 20 Sekunden, 15, 10 Sekunden, je nachdem Abstand. Dann ist ein Tod, wird schon einen Führungswechsel ausmachen oder wenn man einmal blöd irgendwo fällt und nochmal resetet wird dann ein Anfang vom Raum. Da wird dann jede kleine Entscheidung schon richtig großen Unterschied vor das Race machen. Und das wäre doch richtig schwer. Dann schauen wir mal, ob die Laserbridge uns mit einem solchen Szenario beschenkt, in dem es uns... Es hat ja immer was Blaues, ein blaues Schwert gibt für den blauen Yoshi und den blauen Sonic. Da werden schon einen blauen Burner. Probleme? Man hat die Safety nicht genommen. Das ist immer so ein bisschen gefährlich. Ja, das möchte ich jetzt auch. Unterwärts geht's. Hast du mitgekriegt, ob wir schon in der Mimic Cave waren? Wir haben ja mit Hammer und Spiegel da auch die Möglichkeiten, über den kleinen Eckert... Ich gehe stark von aus, dass Magno in der Mimic Cave war. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen gehabt. Jetzt sehen wir es auf jeden Fall nochmal. Bei Riddis. Also wenn du entschwertigt war, dann halt nicht. Ich habe auf jeden Fall heute schon so viel Rando gesehen, dass ich nicht mehr die Bilder auswendig im Kopf habe. Also ich habe heute schon einen Mimic Cave gesehen. Ich weiß nicht, ob es in dem Seat war. Aber das ist jetzt auch relativ unwichtig, weil in der Mimic Cave eh nur Bomben drin liegen. Okay, Magno war wohl nicht in der Mimic Cave. Gut. Hat er drei Bomben geskippt? Schade für ihn. Ich finde es interessant. Ich bin klar, er hat gesagt, der skippt viel, aber wenn ich schon mit dem Mirror in T.A. rumspaziere... Da kann man ja mit... Ja, vor allem wenn ich schon mal ein Schwert suche, ne? Also, er braucht halt noch ein Schwert. Ja, ich kann ihn. Ja, was kostet Mimic Cave? 20 Sekunden? 30 vielleicht? Ja, er hat 20. Kann man mitnehmen. Aber gut, in dem Fall hat er alles erst mal richtig gemacht. Aber Trinex wird jetzt hier spannend. Macht das hier ziemlich gut. Wir haben immerhin schon Bluemail, aber der macht halt immer noch zwei Herzen, der Mensch. Ja, wenn er dich hittet, ist, glaube ich, sogar auf Bluemail sogar noch vier Herzen. Auf Greenmail 6. Also, wenn er dich mit dem Kopfnuss gibt, die tut weh. Macht hier die verlängerte Hammerheadbox mit dem Schwert und macht das hier richtig gut. Schöner Fight von Magno. Schon der zweite Fight, den er hier richtig klasse abschließt nach dem One-Cycle bei den Landmothers. Und das gibt ein Zwani als Trinkgeld. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch Village of Outcast komplett, Skullwoods, Redbone, Pyramide, Catfish, Pod. Also, ich denke, Pod werden wir nicht mehr sehen. Ähm, Magno wird sich jetzt hier die komplette Westseite der Dark World gönnen. Und ich bin... Oder doch, er ist Ice Palace. Ah, okay. Er hat Bock. Er hat Bock. Er hat einfach Bock auf Crystals machen. Der spielt echt komplett nur so schnell wie möglich. Alles, es gibt nichts mitnehmen, was, bevor ich einen Crystal Dungeon machen kann, ist so ein bisschen wie so ein Programm. Kann ich einen Crystal Dungeon machen? Ja, nein. Wenn ja... Ja, aber ich sag mal, an der Stelle hättest du halt auch TT und dann Sky Boots spielen können. Zwei schnelle Crystals, du musst sie eh machen. Hast noch mal ein paar Checks und ja, wenn du ein Master Sword hast, dann ist Colts der angenehmer. Mhm. Aber ganz ehrlich, je mehr ich davon seh, desto besser gefällt mir Sphere, es hier spielt. Weil er macht eigentlich die Entscheidungen, die vom... der Execution von der Spielweise am schwierigsten sind. Also jetzt mal auf Outcast zu gehen, dass der Typ im Chess-Game, der macht jetzt mit dir kein One-on-One, dass du sein Spiel spielen darfst. Dagegen gibst du ein bisschen Geld und hast einen Check mehr. Dagegen gibst du ein bisschen Geld, hast einen Check mehr. Und hier für seine Checks nimmt er die, wo man richtig für fighten muss. Weil sie natürlich auch ein bisschen unattraktiver sein können, eben genau aus dem Grund. Weil durch eben ein Cold-Stair-Fight noch mal ein bisschen einen größeren Abschreckungsfaktor hat, wie sich jetzt die Village of Outcasts abzuholen und die dann gleich auch noch zu kombinieren mit entweder Skullwoods oder mit Thiefstorn, was jetzt beides ein Crystal ist, was beides komplett machbar ist mit dem Schwert, mit dem Hammer, mit dem Fire-Rod. Ja, aber du willst da so ein bisschen... Das ist eine vermeintlich angenehmere Route, das hier vermieden wird. Das gefällt mir echt nicht schlecht. Ja, das ist auf jeden Fall, der macht sich auch super gut hier, auf jeden Fall. Aber wenn du halt ewig mit so einem Boss fightest, sparst du dir da unbedingt dann die Zeit, weil du zwei Checks in Village of Outcasts skippen willst, aber dafür eine Minute Länge mit dem Boss rumeierst, weiß ich auch nicht. Also fällt mir sein, es gibt so dieses, dieses, ähm, nicht Sprichwort, aber diese englische Redensweise, so, if we go out, we go out with a bang. Also wenn wir gehen, dann gehen wir mit dem Knall. Und ich glaube, Magno sieht sich hier so ein bisschen auch in der Underdog-Position, hat das erste Race verloren und ich tue ihm da, ich spreche ihm da nicht übel nach, ich spreche auch mit ihm. und er sagt selber, er sieht sich nicht in der Favoritenrolle und dass er da sagt, er geht hier balls to the wall, also richtig, und ich darf keine, also Commentary, dass er hier richtig sagt, er macht hier die, ähm, die, 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 hartesten, coolsten Chuck Morris-Manöver. Das finde ich gut. Ja, ist auch völlig in Ordnung und ich meine, das zeigt auch einmal mehr, wie gut Magno halt auch einfach executen kann, ne? Also das muss man da auch einfach mal lüblich sagen. dass er hier auch die ganzen Dungeons und so weiter einfach super gut runterspielt, ne? Und ich meine, er hat jetzt einen halben Ice Palace, aber einfach Vorsprung vor Waves. So, und wenn Magnum jetzt hier keine groben Fehler macht, dann wird das hier auch schon ein, ähm, ja. Ich meine, das muss er dann mit Bildern vergleichen schon fast entscheiden, wer hier gewinnt, ne? Oh, da tut jetzt jeder Fire-Rot-Hit. Der Mann hat eine Flasche und die ist leer, da war eine Biene drin. Und mit dem Hammer macht es ja keinen Spaß. Seitlich sind sie ein bisschen besser zu erwischen. Als von oben oder von unten. Kann hier auch mit dem Schwert ein bisschen seine Hitbox verlangen. Muss aber auch ständig aufpassen, dass er diesen Eisknödeln ausweicht. Das auf jeden Fall hat er ein bisschen Puffer und macht es dann auch wieder sehr gut. um den Sumaria Locked Dungeon, was uns nicht interessiert, abzuschließen. Ich hab das Gefühl ein bisschen, er denkt so ein bisschen wie Ravis, ne? Er hat belief, er glaubt an sich. Er sagt, ich kann es und er zieht es durch. Das finde ich super, das gefällt mir echt gut. Aber jetzt will ich doch langsam auch mal in die Village of Outcast. Ich will auch mal ein paar Overworld-Checks wiedersehen. Ich weiß, dass ihr mit Fighters durch die schweren Dungeons kommt. Ich glaub's euch. Ich hab's gesehen. Alles gut. Aber jetzt möchte ich mal wieder ein paar eine kleine Barrage an Checks haben. Ja, wenn wir jetzt noch sehen. Ich hab's gesehen. Skullwoods Ahoy mit Crystal die übliche Progression. Zuerst mal die Back machen, den Boss legen und danach schauen, ob man die Front noch erledigen muss oder ob man das Glück hat, beide Items in der Back zu finden. Braucht natürlich auch dazu den ein oder anderen Key. Ja, da bringt uns die Karte nicht so viel, aber wir können ja in den linken Raum gehen und uns dort unter dem Skull einen Schlüssel abholen. Oh, mach noch. Oh. Probehand. Ja, aber genau das sind halt die Sachen, ne? Wenn das jetzt hier aller Verschlag auf Schlag weitergeht, dann darf dir sowas auch einfach nicht so oft passieren, ne? Hm. Jetzt haben wir mal für Ravis die Möglichkeit. Er macht auch Skullwoods oder er geht gleich runter nach Stone. Ich sieh ihn eher auch in Skullwoods, weil es es einfach von Routing her ein bisschen besser verbinden lässt, wenn man ein bisschen Render kann mir für ausschaltet. Ich mein, du kannst jetzt hängen und sagen, ähm, keine Ahnung, Skullwoods, TT und dann, wenn du dann noch dein Schwert nicht hast, kannst du halt die Village of Outcast, okay, Ravis macht es noch ein bisschen anders. Er hat die Flöte, Spiegel, Hammer mit das Einzige, was ihm noch fehlt, Powder, das eine perfekte Smith Chain machen kann. Ja, dann merkt er sich's einmal. Ja, Moment mal, na, das Lippen lesen kann ich. So, und jetzt kommt auch der schnellste Hammerfight der Welt, also wow, Magno geht heute richtig ab. Im Ether können wir zwar nicht mehr wirklich was anfangen, denn GT, den brauchen wir, so wie es ausschaut, nicht mehr und da bringt es auch im Stalfoss Raum nicht mehr so viel. Aber mit dem Crystal umso mehr. Ja, dadurch, dass Ravis jetzt wo man unten die gemacht hat, würdest du sagen, durch die andere Route hat er ein bisschen Zeit verloren, dass er einen anderen Eingang genommen hat, statt über dem Portal über die Recherseite Ja, klar, ich mein, er ist runtergelaufen nach Village of Outcast, läuft wieder hoch, macht Skullboots, läuft wieder runter, das kostet natürlich wieder dann, es sind alles Sekunden um Sekunden, die sich dann halt, ne, ich mein, es ist super spannend, ne, hier ist jetzt einmal Motte entfernt, ne, und Magno hat super gut die Motte halt einfach gespielt und gut, sie, sie hat doch wirklich einen super Pattern einfach für den Hammerfight, ja, du konntest dich so schön von oben einfach weghitten, hast ihn keine Stacheln geschlagen, et cetera, besseren Mottenfight kriegst du eigentlich schon fast gar nicht, mit dem Hammer, er macht die gleichen Checks oder den gleichen Check, aber er bleibt bei seiner Linie, Dungeons, 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 und, er ist auch das absolut Richtige, was er jetzt an der Stelle macht, ist es auch ein bisschen leichter, denn, blind ist es wurscht, ob du mit Fighter Sword, Master Sword oder mit einer Kettensäge daherkommst, der kriegt immer den gleichen Dungeon, ja, ist er nur ein Burner, aber ich sag mal, so wie Magno hier auch gerade executed oder wave ist, alles gar kein Problem und ja, wir sind jetzt hier auch schon im letzten Crystal Dungeon nach 55 Minuten und ja, ich meine, Magno kann jetzt danach Overworld spielen, er kann so viel Overworld gleich spielen, wenn jetzt in TT kein, kein, ähm, Schwert ist, ja, macht der Willstof Outcast fertig und dann Smith Chain darunter buddeln gehen, Stumpy reden, Spiegel Checks, also, Ravis hat jetzt hier keine Möglichkeit oder ich sehe jetzt für Ravis zumindest keine Möglichkeit, dass jetzt irgendwie durch ein, äh, irgendwo eine Location suchen, ein Schwert finden, das jetzt hier irgendwie, äh, noch, ja, auf einmal umzuschwenken. Ja, hab ich, versuchst mir grad so ein bisschen, ich muss grad so ein bisschen drüber lachen, wir haben gleich sieben Crystals und sind noch nicht in Go-Marts. Ist selten, aber kommt vor, ja, tatsächlich. Ja, es ist selten, deswegen ist es lustig, lustige Sachen sind gut. Zumindest Ja, ist aber auch mal schön zu sehen, ne, wie, wie so ein Seed halt einfach verlaufen kann, ne? Ja, aber wir haben ja noch ein paar Checks, ähm, in Thiefstown können sich hier noch vier Items vor uns verbergen. Und in Pacheks kommen jetzt hier noch die Maiden Zell, die Attic Chest, der Boss kann sich noch unser abgegradetes Schwert drauf verstecken. Was zieht sich die ganze Zeit? Ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, dass ich die ganze Zeit auf Magnus Milchum schaue, aber der läuft hier, Ravis, quasi komplett die Spur in den Schnee. Also, wohin Magno geht, ist Ravis direkt auf den Fuß. Ja, das ist tatsächlich so. Und ich meine, ja, Magno exekutet das ja heute einfach enorm gut. Ich, ich habe das erste Spiel von beiden ja auch gesehen und kommentiert. ja, da hat Magno unangenehme, unangenehme Fehler gemacht so und denkt sich halt, ja, ansonsten hat er natürlich auch super gut gespielt, gar keine Frage. Ja, aber das waren halt auch so ein paar Sachen, wo er sich auch sehr geärgert hat und ja, jetzt macht er halt einfach komplett reibungslos hier einfach alles. Er ist ein bisschen wie ausgetauscht. Also, im ersten Race, da hat er viel, viel Pech gehabt. Da sind ganz, ganz viele Sachen passiert, die ihm normalerweise nicht passieren. Und jetzt in diesem Race, da marschiert er durch. also, das sieht man doch sehr gern als, nicht nur als Magno-Fan, sondern auch als Rando-Fan, wenn einer so sauber exekutet mit nur das Sort, die Bosse so wegrasiert. Und da kommt auch sowas dann bei raus, dass wir gleich bei einer Stunde unsere sieben Crystal zusammengesammelt haben. Wir denken dran, Farscannon, das hat gar nichts damit zu tun, wie wir unsere, wie schnell wir unsere Crystals machen. Da wird nichts schneller dadurch. Das ist quasi ein kompletter Open Seed bis dahin. Und den in einer Stunde, da in einer Stunde auf alle Crystals zu kommen, das ist schon mal was. Klar, das Seed muss mitspielen, aber da muss man auch erst mal hinkommen durch eine Menge Leistung. Ja eben. Und selbst wenn du jetzt noch den GT-Climb hättest, ich meine, GT ist auch noch eine Sache. Da können auch noch drei Schwerter drauf liegen. Also GT ist ja auch noch nicht raus. Offiziell. Und selbst wenn, dann würdest du jetzt noch den Climb spielen, findest du eventuell dein Master Sword, pipapu. Dann bist du ja trotzdem wahnsinnig schnell hier einfach durch. Also, ja, Magno geht jetzt Overworld spielen. Entweder geht er direkt runter ins Digging Game oder er geht zur Smith Chain, natürlich einiges mehr an Items bietet, aber natürlich auch einiges mehr als an Time Investment. Ich sehe jetzt mal Hammerpacks relativ bald nach dem C-Shape. Ich meine, es sind ja auch noch ein paar Checks in Village of Outcasts übrig. Oh, hallo jetzt aber, Smith Chain. Jetzt ruft es aber ganz laut. Jetzt geht es nach unten oder geht es nach rechts rum? Er macht zuerst das Digging Game. Ja, ich meine, was man halt auch einfach total... Ja, okay, gut. Ja, die Smith Chain bietet halt einfach mehr Checks. So, Digging Game ist ein Check und ich meine, wir haben insgesamt noch noch drei Schwerter im Pool. Also, drei Möglichkeiten, und das ist das Alte Mal zu finden, so. Er muss natürlich den Frosch abholen runter, deswegen sind ja auch die mit hier und unten beim Frosch notwendig. Da muss er so oder so runter. Aber dass er Digging Game jetzt nicht macht, gefällt mir, gefällt mir besser. Wie gesagt, die Smith Chain, die ist jetzt mit allen Bonus, All-Inclusive, mit Powder, mit Hammerpacks, mit allem, was man haben kann, mit Flöte sogar noch und Spiegel, um K4-5 auch noch mitzunehmen beim Abholen der Brotbox. Das Einzige, was uns noch fehlen würde, um das abzuschließen. Vanillerschwert, Magnum, Go-Mod und ja, Abfahrt GT. Ein Buch, um das Tablet zu checken, aber das werden wir nicht brauchen mit dem Vanilla Master Sword. Ist Mag nur nach einer Stunde und einer Minute im Go-Mod. Natürlich geht's jetzt nicht auf den Berg hoch, denn wir brauchen GT nicht, es geht direkt zur Pyramide. Und ohne das Aga-Portal kommen wir da über den Pott Eingang schnellstens hinten. Boah, also. Da müssen wir nachher mal schauen, ob uns niemand geblitzt hat, weil das ist ein richtig brutal schneller Seed, den wir hier sehen. Wir sehen jetzt gleich bei einer Minute und einer Minute, einer Stunde und drei Minuten circa, dass hier der erste Runner schon zu gannen, runterdroppt. Und das ist ein Master Sword Civilist Gannen. Sprich, das ist auch nochmal für sehr gute Runner. Nee, keine Selbstverständlichkeit. Eine Redmail, die ist super, wir haben eine Half-Magic, toll, wir haben eine Lampe für einen Torch-Clitch. Schmeckt uns hervorragend, aber wir machen Gannen halt relativ wenig Damage. Der frisst viele, viele Spins. Ich glaube, 24 Stunden. Ja, aber 24, genau. Aber was Magnum nicht weiß, er hat Zählt, weil Waves hat es halt langsamer gewartet. Es sei denn, er findet jetzt irgendwo ein Ding in Gehen. Schwer auf ein Ding in Gehen. Ja, das wäre halt auch witzig, aber ja, er wird gleich nochmal mit dem Schmied hochlaufen und so weiter. Also, Magnum hat jetzt hier schon, er kann es jetzt einfach ruhig und kann es den Tritt runter spielen, aber er weiß halt auch, wie wahnsinnig geradlinig dieser Seed einfach war und wie gut Waves auch einfach in der Execution ist. Gut, jetzt kriegt Waves hier noch eine Schaufel. Ähm, er weiß, er denkt sich auch, hm, warum ist er noch nicht fertig? So, das kann hier gleich jeden Moment passieren und demnach wird das jetzt auch nicht unbedingt der entspannendste Gannenkampf werden mit dem Wissen. Da steht er gut und Braveston macht die K45 noch vorher. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, was das alles Checks sind, die in Zeit kosten, denn die haben wir noch nicht gesehen, die können Schwerte haben. Wir kennen nur den einen Check, mit dem er jetzt mit Sicherheit schon mal sich keine Zeit verloren hätte, nicht mehr großartig Zeit gespart, denn da hat man auch die bestmögliche Route sofort getroffen. Ja, und die Flöte mit dem Spiegel, die leitet ihn, die Flöte, die Schaufel mit dem Spiegel, verleitet ihn natürlich jetzt zu Stumpy zu gehen und mit der Schaufel zu kombinieren und derweil hackt Magno hier schon fleißig an der Phase zwei rum. Aber man muss ja auch aufpassen, ne? Gut, ist jetzt in Phase drei. Er hat eine Blue, er hat eine Blue-Goo. Ja, ja, genau, er hat eine Blue-Goo, Half-Magic, ja, 24 Spins sollten auf jeden Fall mehr als ausreichend gesagt, schlussendlich. Olej steht normalerweise irgendwann auf dem Niveau nicht mehr so wirklich von gerne treffen, also er selber macht ja mit Abstand den meisten Damage, übrigens glaube ich sogar den meisten Damage im Spiel, aber es ist halt ein Turnier, du wirst 1-0 hin, du wirst 800 Sachen, du skippt Fächer, fast runter, wenn du die Kommentator einen Hautsinnfahrt kriegen. Ja, da bin ich halt auch ein bisschen nervös. Ja, 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 okay, er hat sich abgelegt, glaube ich, einfach, weil, also ich will ihm keine Absicht unterstellen, das war unglücklich, aber, Master Sword, Ganon Silverless, ohne Torch Glitch, das ist hartes Brett. Aber ja, jetzt hat er nochmal drei Minuten gerade einfach mal. Gut, wenn Ravis jetzt hier sein Schwert auch Vanilla findet, also wenn der jetzt hier ein Schwert findet, dann, dann haben wir hier nochmal, ich meine, wir haben schon seit eine Stunde einen Race, die zwei laufen sich ja quasi hinterher, die sägen sich ja im Entspannten Horizont, aber wenn da jetzt so ein Schwert drin liegt, was nicht der Fall ist, schade, aber wenn Ravis direkt zum Schmied gegangen wäre, da wäre jetzt vorn, also so knapp ist es und das, das ganze Race über, aber da muss jetzt die Pumpe gehen, also den Puls schlag, der würde mich jetzt interessieren. Ja, das würde vielleicht fürs nächste Turnier ein, einfach diese Puls anbinden bei den Wannern, da kommen wir noch. Und dann zur Facecam dazu als nächstes Upgrade. Ja, genau. Ohne dann zum Herzmesse. Ja, gut, da wird jetzt aber langsam die Nervosität breit, weil es kann jetzt in jedem Moment sein, dass aus Magnus' Sicht Ravis den Sack hier zumacht. Aber Ravis lässt zumindest in ein Schwertspot liegen und geht jetzt wohl nach GT. Also das Equipment ist auch nicht toll, also da schreit er auch nicht. Juhu, Yippie, ich freue mich über, was haben wir hier, fünf, zehn Herzen, Redmail ist toll, Half-Magic, wie gesagt. Aber wir haben halt nur eine Safety-Bottle und die haben wir da auch schon aufgebraucht und mit dem Silverless Master Sword da brauchen wir hier lang für den Fight. Da sitzen wir eine Weile da und man darf halt auch nicht vergessen, das ist so ein bisschen, stellt euch vor, ihr seid wie in so einer, in so einer, ja, Leistungssituation und du musst ja halt wirklich fünf Minuten den ganzen Ganon Fight hochkonzentriert sein, die ganze Zeit deinen Inputs geben. Das ist halt auch wirklich körperlich und nervlich anstrengend, das ist nicht nur Kopfsache und Konzentration und Routine und Erfahrung, das ist halt auch wirklich körperliche Anstrengung, die hier dazu kommt, vor allem halt die nervliche Anstrengung, die ganze Zeit die Konzentration umzuhalten und das noch in einer Race-Situation. Das hat definitiv keine Selbstverständlichkeit, was die Runner hier abliefern. Nee. Ah, definitiv nicht, aber Magno hat hier aktuell alle Zeit der Welt. Wenn bei Magno alles glatt geht, dann wird wir hier, wenn wir hier innerhalb der nächsten Minute einen GG sehen und es scheint auch wirklich jetzt zu laufen, jetzt scheint er so ein bisschen im Flow drin zu sein, trifft seine Spins, macht seine Routine, nee, jetzt. Er hat es schon hundertmal gemacht und ist jetzt auch wieder ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen. Das sieht sehr gut aus, was er hier macht. Also die Zeichen stehen doch sehr deutlich auf Game 3. Wenn er sich jetzt hier nicht noch unangenehm hinten lässt. Ich glaube, zwei Hits kann er noch nehmen, dann wartet. Einen kann er nehmen nach dem zweiten. Ah, ja, genau, weil zwei ist da ein Schicht im Schatz. Er hat sie auch auf der Redmail. Aber viel hält er nicht mehr aus, der Ganon. Magno ist dem Sieg jetzt sehr, sehr nah. Gravis muss sein Schwert gefunden haben, muss wieder aus GT raus. Man möge es mir verzeihen, dass meine Augen gerade auf dem Ganon-Fight sind. Und Ganon liegt jetzt. Das heißt, nur noch über die Brücke. Nur noch nach oben Input. Und dann haben wir ein Spiel 3 nach diesem wahnsinnig spannenden Seed. Und so ist es auch. GGs an Magno, da freut er sich. Und auch zu Recht hat hier einen großartigen Seed gespielt und einen wahnsinnig starken Gegner geschlagen, der jetzt auch gleich seinen GT-Fight uns zeigt. Aber wir nehmen uns jetzt erstmal Zeit, ein bisschen durchzuatmen nach diesem Seed und sagen einfach nur GG. Ja, auf jeden Fall großartig gespielt. Einfach den kompletten Seed einfach. Von beiden. Ja. Ja, am Ende hat es halt einfach das Schwert, ne? So einen Unterschied gemacht. Ich meine, findet Waves, also macht schon Waves den Schmied. Ja. Und da haben wir schon Magno. GG an Magno. Jo, moin. Zur Musik. Ja. Wie geht's dir? Ich bin immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Ich dachte, als ich dabei gerne gestorben bin, einen Torchglitch nicht geschafft habe, dass es jetzt aus ist. Bis dahin. Da steht jetzt Ruhepuls 200. Ähm, Ähm, ja. Schwerthunt, das ist so schwierig. Sieben Dungeons oder sechs Dungeons, so Semi-Go-Moden. Äh, ja, wie viel machst du noch auf? Hat der Gegner das Schwert gefunden oder nicht? Äh, reicht ja, wenn man ein bisschen Overworld dazwischen vielleicht mehr gemacht hat oder so. Hab ja selbst Turtle Rock Go-Modet quasi. Äh, Ja, es war schwierig. Auf jeden Fall. Ich so, wo sind die Schwerter? Ich hab schon von Ravis gehört, dass er da den Schmied wohl nicht gecheckt hat. Wir haben schon ein bisschen ausgetauscht. Ja, genau. Er war dann GT. Ja, also, auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut einfach den kompletten Seed gespielt. Also, ihr beide, ne? Wahnsinnig gut. Irgendwie, als ich auf dem Berg, sorry. Äh, als ich auf dem Berg war, hab ich gesehen, es fehlen nur noch ein oder zwei Sachen für Go-Mode. Also, das Turtle Rock Medallion und was war das noch? Irgendwie, weiß ich schon gar nicht mehr. Mitz vielleicht. Äh, und ich dachte, oh Gott, das ist so ein schneller Seed. Ich kann hier, also, das, boah, wo gehst du hin? Du kannst nur was falsch machen. Und dann Schwerthand kannst du erst recht was falsch machen. Besonders bei diesem Modus, wo du halt nicht mehr in Garnets Tower 22 Kisten hast im Basement oder den Climb noch, wo du dann überlegst, ja, gehst du ihn gerne ins Tower suchen oder wie doll machst du alle Dungeons und, äh. Ja, also, wir haben auch eher so ein bisschen gesehen, weil Ravis war ja früh im Escape auch, hat sich's noch als Bombos geholt und wenn das jetzt irgendwo noch wie quiet gewesen wäre, dann, ja, wär's ein bisschen düsterer geworden an der Stelle, aber war ja nicht. Ich dachte, ich hab die Light World schlecht getroffen und dann dachte ich, okay, vielleicht ist die Flöte unser einziger Desert-Zugang. Hatte Ravis die Flöte auch am Anfang? Ja, also Ravis war halt am Anfang früh beim Onkel, hat sich einen Hookshot geholt, hat das Escape gespielt, du hast die Flöte geholt bis auf den Berg, hast Hera gespielt, hast dann den Hookshot geholt und das Escape geskippt und war es ab da permanent einfach ein Stück weit vor Ravis, so gefühlt immer ein Dungeon circa vor ihm. Ja, er ist dir einfach hinterher gelaufen, und ja, wenn ich es auch zusammenfassen darf, im Endeffekt, Ravis hat die, hat das Castle komplett durchgemacht, sich da dann das Bombos rausgeholt, wo du auf der South Shore warst, war er sich den Hookshot holen und im Endeffekt ist er dir dann quasi immer genau diesen, dieses Castle hinterher gewesen, sprich, mal waren es 20 Sekunden, 30 Sekunden war es in dem Bereich, wenn ihr beide das Schwert am Schluss gemacht hättet, dann wird ihr auch beide gleichzeitig noch im Ganon-Fight mit 20, 30 Sekunden Abstand, also das ganze Race, ich hab dir heute gesagt, du hast ihm so ein bisschen eine Spur in den Schnee gebahnt, die ist so frisch nachgelaufen, aber was ich dich jetzt noch fragen wollte, Magno, wie confident hast du dich gefühlt in dem Seed, warst du so voll im Modus drin, oder? Ja, schon, ich hatte eigentlich keine Angst vor Master Sword Ganon, weil wir Half Magic hatten, ich die Lampe noch gefunden habe, ich eine Potion hatte, eigentlich hatte ich keine Angst vor Master Sword Ganon, nur eben diese Firebats in Phase 3, davor habe ich immer Angst und die waren dann auch plus gerne in Position, dass ich den Torch Glitch da nicht geschafft habe, aber GG an Ravis. Genau, jetzt ist Ravis auch fertig, natürlich auch für ihn nochmal mehr als verdiente GG's in den Chat. GG auch an Ravis. Ja, wenn der da den Schmied holt, dann gewinnt er das. Ja, wir waren ja auch so, ne, haben mitgefiebert und ja, wie du dann schon schön noch gesagt hast, Ruhrpuls 200, das hat man dir auch angesehen. Ja, mein erster Ganon-Fight bis Phase 4 war auch eigentlich solide gespielt. Ich habe auf die, Phase 2 habe ich auf die Position gewartet, auf die gute, ähm, so, Ravis ist jetzt da, GG's. GG's. GG's auch an Ravis. GG's. Aber als ich dann dabei Ganon gerippt bin, dann, äh, dann ging mir richtig die Pumpe und dann wollte Phase 2 auch überhaupt nicht mehr und das war so langsam dann und, äh, ich hatte aber Racetime die ganze Zeit aus und wollte einfach nur meinen Ganon dann spielen. Ja, Schwerthand, ne? Das ist so kacke. Ja, ich habe auch einmal nicht gut gespielt heute. Also, wirklich nicht, äh, viele, viele, viele Fehler gemacht. Und dann hätte ich auch gerne Boots gesehen irgendwo. Irgendwie hat sich alles so langsam angefühlt. Ich bin dann, als ich quasi nur ein Medallion hatte und keine Boots, bin ich dann erst Desert und dann Turtle Rock, weil ich wissen wollte, ob das jetzt Schwert-Mode ist oder nicht. Ja. Keine Ahnung, wo die anderen Schwert... Achso, eins habe ich ja bei dir dann eben gesehen, das war, äh, Rant, ne, nicht Rant-A-Room, in GT da die M-Room, wo das andere Schwert ist, werden wir nie erfahren. Ich habe gehofft, dass es nicht auf Sora ist, weil da hatte ich kein Geld, kurz danach finde ich zwei, dreihundert da. Ja, aber im Russen und Ganzen habt ihr es ja beide, trotz alledem, sehr gut eigentlich runtergespielt. Es waren nette Bosse dafür, dass man nur ein Pommes-Pixer hatte. Also, Trinix geht mit einem Hammer, wenn man Half-Magic hat, kann man da auch den Eiskopf dann mit dem Fire-Rod-Spam, äh, Cold-Stair, ja, da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, aber geht eigentlich auch mit Half-Magic. Die Motte, die war stark, die hatte vier schnelle Hammer-Hits und sonst waren das irgendwie Bosse, wo das nicht so einen riesen Unterschied macht. Ja, aber jetzt würde ich gerne auch noch einmal kurz, ähm, Ravis das Wort geben heute, in einem extrem knappen Match, bis zu der Schwertsuche wirklich auf wenige Screens, gegen den extrem starken Magno, den zweiten Platz heute gemacht, ähm, mal deine Ansicht zum Seed, wie hast du dich in dem Seed heute gefühlt? Ja, ich meine, es lief einfach nicht gut, es lief einfach von der Execution her nicht gut und, äh, ja, berechtigter zweiter Sieger heute, ähm, ich meine, am Ende, am Ende ist es noch nicht mal so relevant, wie gut man in dem Seed eigentlich spielt, das soll, das soll jetzt deine Leistung nicht schmälern, Magno, um Gottes Willen nicht, aber, dass halt ein Seed, wer ein Schwert findet und damit Go-Mode erreicht, gewinnt halt in der Regel, aber ich hab da schon im Watt mal reingeschaut, Magno war auch ein bisschen früher mit dem siebten Crystal fertig und, äh, ja, von daher geht das in Ordnung, also, ich hab aber auch schlecht gespielt, äh, schlecht würde ich auch nicht sagen, aber halt unter meinen Möglichkeiten. Also schlecht, damit lasse ich heute halt keine Es ist relativ, es ist, ich bin mit dem, was ich gemacht hab, nicht zufrieden, also Bomb Jump In, Spectacle Rock, ich weiß nicht, was falsch gelaufen ist, ich hab alles richtig gemacht, äh, aber aus irgendeinem Grund wollte er nicht funktionieren, dann gepennt, den muss ich auch nur 19 Mal ansetzen. Ja, keine Ahnung, ich hab nichts gar witz sofort gemacht, was ich eigentlich wollte. Ursprünglich hab ich mir gedacht, ich geh nach dem siebten Crystal sofort nach GT, hab's dann auch nicht gemacht, und, ja, zwei, drei Mal halt, zu viel irgendwo rumgelaufen und den Smith halt genau nicht gemacht, aber, jo, wie gesagt, was soll's. Ist halt, der Modus war dazu designiert, dass möglichst viel Randomness reinkommt und dass Magno irgendwo sich einen Vorteil erhaschen kann, ich denk, das hast du dir dabei gedacht, macht ja auch Sinn, wenn's fast Ganon ist, und, äh, war offensichtlich der richtige Move. Ja, ich glaub, mit einem Ganons Tower noch hättest du mehr Execution-technisch wahrscheinlich im Climb und vielleicht Biki-Suche oder keine Ahnung was. Der wär auf jeden Fall noch... Das ist ne Hätte-Hätte-Fahrrad-Kette, dann hättest du wahrscheinlich auch keinen Smith und so weiter gemacht, sondern das ist auch auf GT, also das, das ist, kann man jetzt nur schwerfällig sagen, ich mein, wenn du noch bei, bei Ganon einmal gestorben bist, wär's ja noch mal ein paar Minuten schneller gewesen, dann wär das Ganze noch deutlicher geworden. Ah, jo, also, was soll's, keine Ahnung. Schwer zurück gibt's in Spiel 3 nicht, das ist das Wichtigste. Okay, das wollte ich nämlich, da wollte ich nämlich auch grad, äh, noch mal ein bisschen drauf drücken, wir haben jetzt ja den, äh, letzten Slot halt am Tag, also können wir, müssen wir jetzt nicht extrem pressieren mit der Zeit, demnach, wenn ihr euch hier noch ein bisschen austauschen möchtet, könnt ihr euch, äh, uns gern teilhaben lassen an eurem Gedankengang, was ich noch einwerfen würde, wissen wir schon, in welchen Modus es in 3 gehen wird? Jajaja, das hab ich Magno schon gesehen. schon vor, vor zwei Tagen oder so. Äh, wir spielen, wir spielen All Dungeons mit Boots statt, aber sortless. Gibt es dafür schon einen Termin, oder macht ihr den noch aus? Wenn Magno mir ein Racetime geantwortet hätte? Achso, warte, warte. Hätten wir vielleicht. Achso, ähm, ja, wir schauen mal wahrscheinlich Samstag vormittags, mittags irgendwie so. Also, ja, es sieht schon jetzt nach Samstag aus, ansonsten kurzfristig wahrscheinlich morgen Abend wieder, aber das, das wissen wir noch nicht. Ich glaube auch eher, dass es Samstag wird. Info für unsere Zuschauer, die uns jetzt noch beiwohnen, dass wir dann am Samstag früh wahrscheinlich wieder geballte Action mit zwei hervorragenden Runnern haben, denen ich jetzt gerne auch noch das Schlusswort geben würde, ähm, was sie noch dazu sagen möchten, bevor Rex und ich, wahrscheinlich würde ich dann ehren nicht übergeben, weil ich so viel rede, ähm, uns in die Nacht entlassen. Ja, dann fange ich mal an. Danke euch beiden, Rex, Metal Maniac, fürs Kommentieren. Äh, mit einer gelassenen Ruhe, wie du immer, also Metal, wie du immer den Ganon fight oder das Spiel generell kommentierst, hat sich angefühlt wie so ein, ah, weiß ich nicht, Snooker-Match am Ende mein Ganon. Keine Ahnung. Nee, das war super, was ich bis dahin gehört habe. Ich bin eigentlich voll gehypt gefühlt. Normalerweise bin ich immer viel ruhiger. Yo, danke Laugenbeck fürs Tracken. Äh, ich weiß nicht, wer jetzt Restream gerade aufgesetzt hat, aber auch vielen lieben Dank dir und, äh, danke fürs Zusehen und GG's, Ravis. Yo, natürlich auch GG's äh, endlich Magno und danke natürlich auch nochmal an alle Beteiligten, tracken, chat, kommentieren, restreamen, alle, die da beteiligt sind und, äh, ja, sehen wir uns wohl zu Spiel 3 wieder. Ja, dann komme ich mal nochmal zum, zu meinen Schlussworten, ähm, ja, danke auf jeden Fall für The Waze, hat sehr, äh, sehr viel Spaß gemacht zuzugucken, auch zu kommentieren. Ähm, ja, danke auch an die Zuschauerschaft heute, ich meine, war ja viel Wando heute den ganzen Tag praktisch und, ja, auch nochmal kurze Info, ähm, wenn ihr mehr sehen wollt, von den Runnern, folgt ihnen auf jeden Fall, ich denke, werden gleich sicherlich die Links im Chat kommen, ähm, auch Kommentatoren, trackern, wenn ihr wollt, auch gerne, könnt ihr auch reingucken, ähm, ansonsten auch auf dem Discord, immer wieder herzlich willkommen, neue Leute zu sehen, wenn ihr mal lustig seid, hier auch mal den ganzen Quatsch mitzumachen, mit kommentieren, mit tracken, und so weiter, oder auch einfach mit den Leuten ein bisschen abhängen, aber einfach so ein bisschen zocken, ja, also, ne, alles super liebe Leute hier und jeder ist immer herzlich willkommen, einfach mal mit reinzuschauen, ja, ansonsten, wie gesagt, am Wochenende auch wieder viel Wando eigentlich, äh, zu sehen, sicherlich auch viel, wir haben morgen viel Rival Cup und auch deutsche Turnier auf jeden Fall mit am Start, Teto Rahlen, Face Cartobard und so weiter, also, da wird sicherlich auch morgen hier auf Speed Gaming Deutsch sicherlich wieder einiges zu sehen sein, also, ne, ja, ansonsten, wär's das von meiner Seite, ich wünsche allen schon mal einen schönen Abend, ich übergebe ja nochmal das letzte Wort an Metal Maniac und, ja, wünsche allen einen wunderschönen guten Abend. so, ich bedanke mich herzlich und schicke alle jetzt in die wohlverdiente Nacht, Ruhe, Magnoravis, das gute Laugengebäck, dich Rex, herzlichen Dank natürlich auch nochmal von meiner Seite und ich glaube, Lissandra hat's heute aufgesetzt, ähm, falls nicht, der war zumindest vorher im Discord, ähm, demnach danke ich entweder fürs Aufsetzen oder für die netten Worte und damit sag ich, morgen geht's weiter, ihr kennt die Zeiten, ihr könnt sie auf unserem Zeitplan anschauen, den ihr im Chat seht und damit sag ich dann auch herzlichen Dank an alle fürs Zuschauen und bis bald, gute Nacht. und bis bald.